So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Der Ramses hat nämlich Hunger, der hat noch nichts gegessen und jetzt hat er gesehen, er hat vor einiger Zeit mal Currywurst gekauft. Aber nicht normale Currywurst, sondern Currywurst Smoky Chili. Und die möchten wir heute mal probieren. Es gibt ja viele Currywurst Hersteller. Ihr kennt natürlich alle Curry King, dann gibt es noch irgendwas anderes und so weiter. Ihr seht, ich kenne ganz viele. Dann habe ich letztens irgendwo gesehen von Busse, so heißt nämlich die Firma, Busse, Busse hat eine Currywurst gemacht, anders als du denkst. Jetzt ist das wahrscheinlich einfach nur sowieso der Slogan von Busse, Busse anders als du denkst. Die haben Currywurst gemacht. Ich dachte, Busse hat Currywurst anders als du denkst gemacht. Versteht ihr den Unterschied? Eine Currywurst ist nicht gleich eine Currywurst, sondern diese ist anders als du denkst. Aber Busse sagt generell, ja, wir sind halt Busse. Und die Currywurst war einfach eine normale Currywurst. Das ist aber keine normale Currywurst. Adi, nein, es wird nicht gemaust. Der hat eben erst Essen gekriegt und jetzt zuckelt er hier wieder rum und will das ganze Toastbrot klauen. Übrigens, Currywurst alleine kann man nicht essen, deswegen habe ich mir diesen Toast besorgt. Und wie ihr seht an dem Toast, dass der Adi da schon dran rumgenascht hat. Das heißt, hier ist überall reingebissen. Das ist alles schon hart und knüppelig, deswegen werde ich den Toast eh toasten. Dafür heißt er ja auch Toast, ne. Ja, hüpf. Der Toast wird getoastet, zur Currywurst gegessen. Das ist also Currywurst Smoky Chili, rauchig, scharfer Chili Currywurst. Mit extra Gewürz, Schärfegrad, einstellbar. Ihr dreht am Rädchen und dann wisst ihr, wie scharf das ist. Dann machen wir hier unten den Poder hier ab. Da haben wir nämlich ein Tütchen Schärfegrad drin und ein Spicker, Spieser, wie auch immer. Esst ihr das auch immer mit diesem Holzspatel, der da dabei ist? Ah! Esst ihr das immer mit dem Holzspatel oder nehmt ihr eine Gabel, nehmt ihr einen Löffel, sonst was? Das ist eigentlich richtiges Imbissfeeling. Deswegen muss man das so machen. Ich habe hier sogar zwei Packungen. Ich weiß nicht, entweder esse ich eine Packung jetzt, eine abends oder ich esse eine jetzt. Und eine hebe ich mal auf für die Mama, die isst nämlich auch gerne Currywurst. Ich glaube, ich esse nur eine. Eine reicht ja. Und heute Abend dann wieder ein halbes Schwein. So, packen wir die mal weg. Die müsst ihr ja normalerweise einstechen, ja, glaube ich. Ich habe jetzt nicht gelesen, aber das muss man überall. Ich versuche es mal mit dem Holzpikser einzustechen. Denn wenn ich schon damit essen soll, will ich es auch damit einstechen. Wenn ich nämlich eine Gabel zum Einstechen nehme, dann würde ich die Gabel auch zum Essen nehmen. Ob der das schafft? Ich weiß es nicht. Wir drücken mal hier drauf. So, sieht gut aus. Adi war auch erschrocken. Adi, was sagst du? Ja, nein? Vielleicht? Hm. Er ist noch sehr zögerlich. Ich glaube, das ist jetzt nicht so sein Fetisch. Wir stellen jetzt rein. Wir machen uns noch ein bisschen Toastbrot. Meldet uns gleich zurück, werden wir es probieren. Und guck mal, anders als du denkst, kann die was? So, die Currywurst ist fertig. Und wenn ich eins vom ISWO gelernt habe, ist es, dass ihr den Toast, wenn er aus dem Toaster kommt, immer erst mal aufrecht noch hinstellen müsst. Also ihr baut zwei kleine Zelte. Das sieht ungefähr so aus. Und das sieht so aus. Denn wenn er frisch rauskommt und ihr esst ihn gleich, da ist er irgendwie total labbrig und heiß. Wenn ihr den aber so hinstellt und den noch ein bisschen zieht, dann wird er erst fester und knusprig. Und das ist auf jeden Fall richtig schön. Wir machen das jetzt hier auch mal auf. Und für den Notfall, falls es jetzt nicht, jetzt ist der Toast umgefallen, falls es jetzt nicht scharf ist oder scharf genug oder irgendwas, habe ich mir immer noch ein paar Chiliflocken hergestellt. Das lege ich mal hier hin da, in der Hoffnung, dass da keiner rangeht. So. Nein, Ramses, du vergiftest die Katze. Ja, das ist heiß. Gut. Hier, Chiliflocken am Start, falls wir noch nachwürzen müssen. Tütchen aber erst mal aufreißen, das sieht gut aus. Da ist alles nach unten geschüttelt. Und hier ist auch so eine Kerbe, wo man das einfach abziehen kann. Jetzt packen wir das hier drauf. Das sieht dann also so aus. Zack. Wenn man das jetzt gesehen hat. Gut, man hätte es noch ein bisschen rummachen müssen, das wäre sinnvoller gewesen. Irgendwie mit einer Gabel geht es aber besser rummachen, als hier mit diesem blöden Piekser. Der Piekser ist einfach, ist der Piekser zu schwach? Ist die Wurst zu stark, ne? Es dampft auf jeden Fall. Es müsste also schön heiß sein. Heiß ist ja immer gut. Obwohl, immer wenn, bis ich zum Essen komme, ist eh alles abgekühlt. Da tut er, der ist wohl mich auch immer, äh, liegt mir auch immer in den Ohren. Rumsus, ess doch mal. Ist doch schon ganz kalt. Mal ess, ess doch mal, Mann. Dann dreht er mal komplett durch. Grüße gehen raus. So, ich habe das jetzt ein bisschen rumgemacht. Wir probieren mal hier das obere, wo noch viel von der, von der Schärfe dran ist. Also das Brot, es soll jetzt nicht neutralisieren oder die Schärfe wegnehmen. Es sollte einfach noch als Beilage dienen. Und knusprig dazu schmecken. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Von dem bisschen Pulver, was dabei ist, habt ihr, könnt ihr euch eine richtig gute Schärfe dazu würzen. Schärfegrad einstellbar, ja. Indem ihr nur einmal drüber kippt und dann anders oder wie auch immer. Raurig scharf, Smoky Chili. Es hat eine ganz kleine Barbecue-Node vielleicht gehabt. Ich muss nochmal von der Soße hier drüben nochmal ein Würstchen mit ganz viel Soße probieren. Gut, jetzt habe ich nicht wirklich was gemerkt. Jetzt hat es einfach nur noch Schwein geschmeckt. Wie unterschiedlich das doch ist. Also beim ersten Bissen, ich war total begeistert. Beim zweiten, keine Ahnung. Ich mache aber sowieso, wer mich kennt, wir machen einfach noch ein bisschen drauf. Hier von dem Curry, äh, von dem Chili. Wir können euch das ja mal so einstellen. Vielleicht seht ihr das dann, wenn das da drauf geht. Seht ihr, dass da was runterkommt, ja. Verteilen das noch. Ich glaube, ich hätte auch einfach alle beide machen sollen. Alle dann in den großen Bodich geschüttet und dann fertig. So. Irgendwann hat man keine Lust mehr zu drehen, dann lässt man es dann sein. Im Endeffekt sieht es jetzt also so aus. Seht ihr die Chili-Flocken, die jetzt da drauf rumfliegen. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Ja, Adi isst auch. Das ist wunderbar. Wir machen es auch nicht extra nochmal rum. Wir nehmen das wirklich jetzt dann so raus, wie es ist. Nehmen gleich mal zwei Würstchen mit einmal. Für den richtig heftigen Geschmack. Aber Toast eben als Beilage. Wie würde Teichfinn sagen, richtig gutes Zeug. Jetzt hat es wieder nicht so schweinig geschmeckt, wie beim zweiten. Sondern eher wie beim ersten, also passt. Und der Toast, da geht das Ganze einfach sehr gut. Wenn ihr das auch noch kennt, schön am Imbiss sich eine Currywurst geholt mit Toast. Das ist das Feeling für zu Hause, wenn ihr gerade mal keinen Imbiss in der Nähe habt. Kann ich also empfehlen. Probiert das mal, habe ich glaube ich aus dem Netto. Es muss nicht immer Curry King sein. Ihr könnt auch Busse kaufen. Anders als du denkst, ja. Currywurst Smoky Chili. Finde ich auf jeden Fall schärfer als Curry King. Obwohl von Curry King gibt es ja glaube ich auch extra hot. Oder XXL oder Geflügel oder vegan. Wüsste ich jetzt glaube ich nicht. Aber ich glaube, selbst extra hot von Curry King kommt nicht hier ran. Die ist glaube ich von Haus aus einfach bedeutend schärfer als die von Curry King. Gönnt euch also Busse Currywurst. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Adi ist leider nicht da. Sonst hätte ich den nochmal in die Kamera getunkt.